Seit Jahrhunderten wird eine Geschichte von Generation zu Generation weitererzählt. In diesem Jahr erlebt das erste Weihnachten aus einer völlig neuen Perspektive. Warte doch, Cyrus! Wir hätten schon vor zwei Wüsten links abbiegen müssen. Die drei Weißen haben sich verirrt. Mir reicht's. Ich beiß mir gleich die Zügel aus. Von den Machern von Hotel Transsilvanien. König Herodes hat irgendetwas vor. Maria! Du bist in Gefahr. Du musst jetzt ganz genau zuhören, was ich dir sage. Du willst, dass ich dir den Bauch kraule. Bo und der Weihnachtsstern. Du springst runter und lenkst sie irgendwie ab. Hey, ihr arrigen Hunde! Irgendwas scheint mit den Tieren ernsthaft nicht in Ordnung zu sein. Boothmaß, Maisel, Me, My, 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 My